Sie hören Das Geheimnis der Grashüpfer, ein Inselgartenroman von Patricia Kölle, gelesen von Eva Gorsiewicz, ein Hörbuch des Argon Verlags. Maja, Lenzawische, Priegnitz, 2017 Abschied und Anfang Vor fünfzig Jahren hatte Maja die Stufen vor der Haustür meist mit einem Satz übersprungen. So leicht schien das Leben, und so eilig hatte sie es gehabt, hinauszukommen, in den Garten, wo der Tag für sie bereit war. Damals hatte nur dieser eine lange neue Tag Bedeutung gehabt, der sich mit der aufgehenden Sonne aus den Elbwiesen erhob. Kein Gestern, kein Morgen, nur das Jetzt. Der geheimnisvolle große Fluss lag für alle unerreichbar hinter dem metallenen Zaun. Doch das grün-goldene, wispernde Reich des Gartens und der Wiesen mit ihren zahllosen Blüten und Bewohnern wartete immer auf Maja. Deshalb nahm sie die Treppe vor lauter Ungeduld, oft mit einem großen Sprung. Wenn sie es übertrieb, kam sie unten zu heftig auf, mit einem Ruck, der in den Knien und Fußgelenken schmerzte und ihren Kopf durchrüttelte. Einmal hatte sie sich dabei sogar in die Zunge gebissen. Bist halt kein Grashüpferkind, hatte Elsie dann mit sanftem Tadel und einem Lächeln gesagt. Auch wenn der Opa dir das in den Kopf gesetzt hat. Und dann hatte sie Maja über die Haare gestrichen und halb zu sich selbst gesagt, aber ich habe das früher auch so gemacht. Und jetzt nicht mehr, Elsie? Nein, jetzt nicht mehr. Doch Maja hatte einmal durch das Fenster gesehen, wie Elsie es heimlich doch getan hatte. Wahrscheinlich, weil Frühling war und auch Elsie es nicht erwarten konnte, die ersten Pusteblumen zu finden. Mittlerweile aber war Elsie 98 und sprang schon sehr lange nicht mehr. Und Maja schwang gerade die Sichel, um den überwucherten Weg für Elsies neuen Rollator freizumachen. Mit der Sichel umzugehen, war sie noch gewohnt. Das war nicht der Grund, warum ihr heute ähnlich zumute war wie damals, so als wäre sie viel zu unsanft auf dem Boden gelandet und der harte Ruck hätte alle ihre Knochen und ihr Hirn schmerzhaft erschüttert. Es lag vielmehr daran, dass vorgestern ihr endgültig letzter Arbeitstag gewesen war. Ein halbes Leben lang war sie wie ihre Kolleginnen Tag für Tag mit ihrem kleinen Auto für den ambulanten Pflegedienst durch die Stadt gefahren und hatte sich um betagte Menschen gekümmert. Viele davon betreute sie seit Jahren, hatte mit ihnen gelitten und gelacht, geweint und gescherzt, ihnen Neuigkeiten erzählt, sie gewaschen, frisiert und verbunden, hatte ihnen zugehört und unendlich viel von ihnen gelernt. Und jetzt war sie Frührentnerin. Mit 58, weil ihr Rücken einfach nicht mehr mitmachte. Maja hatte es so lange wie möglich hinausgeschoben, aber nun ging es nicht mehr. Es reichte noch für den Alltag und dafür, Elsie zu helfen, aber eben nicht mehr für den Dienst. Maja war längst nicht die Einzige unter den Altenpflegerinnen, der es so ging. Es war weder schlimm noch ungewöhnlich, aber sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, das war schwer. Ich werde mich schon noch daran gewöhnen, sagte sie zu dem Rotkehlchen, das zwischen den Brennnesseln hervorhüpfte und sie fragend ansah. Schließlich habe ich ein Riesenglück. Ich habe Sebastian. Wärme erfüllte sie, als sie an ihren Mann dachte und an die Liebe in seinen Augen, als er ihr gestern nachgewinkt hatte. Ich möchte übers Wochenende zu Elsie fahren, hatte sie zu ihm gesagt. Ist das in Ordnung für dich? Er hatte von seinen Büchern aufgesehen und den Stift aus der Hand gelegt. Er widmete ihr immer seine volle Aufmerksamkeit, auch nach all den Jahren. Natürlich, mein Engel. Ich weiß doch, dass du jetzt Hummeln im Hintern hast. Fahr nur. Es wird dir guttun. Und Elsie auch. Ich hole dich dann am Montag ab. Das wäre wunderbar. Ich freue mich drauf. Sie hatte ihn geküsst und war voller Dankbarkeit. Weil er da war. Immer. Weil sie sich nach all den Jahrzehnten so gut kannten, dass sie einander nichts mehr erklären mussten. Willi war mir. Ich freue mich. Unde ist mir dasier. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.